Ein herzliches Aloha an alle meine Schützen und an alle, die Schütze in ihrem Chart haben. Ich bin die Tine und heute kommen wir zur Wochenbotschaft für die Woche vom 17. bis 23. April. Ja, wenn du neu bist auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Schau dich gerne in der Playlist um oder in der Kanalinfo. Da findest du zum einen die Sternzeichen-Readings für die einzelnen Wochen und für den ganzen Monat, also verschiedene und für das ganze Jahr, kannst du dich gerne mal durchwurschteln. Ich lege auch zum Vollmond und zum Neumond. Neumond? Entschuldigung. Gleich die Sprachschwierigkeit, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Wir sind aktuell in der Neumond-Phase im Widder, jetzt zum zweiten Mal in Folge, was sehr außergewöhnlich ist. Und wir hatten den jetzt am 20. April. Da gibt es auch ein Video zu, guckst du gerne an, damit du weißt, in welcher kollektiven Energie wir hier gerade so rumschwirren. Wir haben auch noch dazu gehabt eine Sonnenfinsternis, was auch was Besonderes ist. Und alles deutet eben darauf hin, dass jetzt eine komplett neue Lebensphase beginnt. Ja, also da sind wir kollektiv von betroffen. Jeder in seinem eigenen persönlichen Bereich. Ich bin gespannt, wie es sich bei dir zeigt, ob es beruflich, privat oder persönlich ist. Widder, dass die Energie, wo es viel ums Schaffen geht, ums Anpacken, sich authentisch zeigen, zu sich stehen. Alles, was mit deiner Persönlichkeit und deiner Ausstrahlung auch zu tun hat. Ins Selbstbewusstsein zu kommen, ins Selbstwert zu kommen und daraus heraus die Dinge anzugehen oder in eine neue Ordnung auch zu bringen, neue Strukturen aufzubauen. So, das sind so die Thematiken. So, was wollte ich noch sagen? Ein Danke an alle, die ein Like, ein liebes Kommentar oder ein Abo oder eine Mitgliedschaft hier im Kanal lassen. Das freut mich sehr und hilft dem Kanal auch unwahrscheinlich zu wachsen. Denn daran sieht YouTube, Mensch, was die Tine da macht, das ist ganz gut. Da wollen wir mehr davon sehen und dann wird das natürlich auch mehr Leuten vorgeschlagen. Was wollte ich noch sagen? Falls du eine persönliche Beratung haben möchtest, findest du den Link in der Infobox und klickst einfach mal auf das kleine Wörtchen mehr und dann öffnet sich da dieser ganze Text, wo alle möglichen Links sind und da musst du mal ein bisschen durchscrollen. Da ist ein Link dabei. Wenn dir das so kompliziert ist, geh einfach in die Kanal-Info. Da hast du direkt den Link für den Akasha-Shop, wo du eine Beratung bei mir buchen kannst oder auch hier solche netten Armbändchen kaufen kannst. Die sind auch ganz hübsch, so ein Chakra-Armband. Und du kannst mich natürlich auch über meine Website, über das Kontaktformular kontaktieren. Ich freue mich auf jeden Fall. So, was machen wir? Wir werden im Hauptvideo eine Hauptthematik springen lassen, womit du dich in dieser Woche so auseinandersetzen darfst. Dann wird es für jeden einzelnen Tag eine Hauptenergie geben. Das ist das Apokalypso-Tarot. Sehr farbintensiv. Ich mag sie sehr. Ich hoffe, dir gefallen sie auch. Und wir werden auch gucken, was sich unter dem Kartendeck als Herausforderung zeigt. Ich werde auch im Hauptvideo gucken, mit den Karten von Chuck Spezzano, was so die große Herausforderung ist, wo du gerade so vielleicht auch steckst, stecken bleibst, wo irgendwas nicht so richtig weitergeht. Im Grunde dem Übel auf den Grund gehen. Und im weiterführenden Reading nehmen wir hier, das ist so ein kleines Zigeuner-Orakel-Karten sind das. Da gehen wir nochmal bei jedem einzelnen Tag in die Tiefe und schauen, wie sich das Ganze bei dir so im Irdischen zeigt. Und wir werden natürlich auch mit den Karten von Chuck Spezzano gucken, was da der Rat in deiner Situation ist, damit du hier easy peasy durchflutscht und nicht stecken bleibst in dieser Woche. Und es gibt zum Schluss noch ein Rat des Universums von den Karten Engel und Ahnen von Carl Gray. Wenn du ein Interesse hast an der weiterführenden Legung, dann findest du den Link in der Infobox. Also wie gesagt, kleine Wörtchen mehr. Einmal anklicken und dann ziemlich weit oben erscheint der Link. Zugriff hast du, wenn du dich für den Mitgliederbereich entscheidest. Es werden, wenn du auf den Button Mitglied klickst, dir drei verschiedene Mitgliedschaften angeboten. Und in der zweiten und in der dritten Mitgliedschaft hast du dann vollen Zugriff auf alle Videos, die ich da hochlade. Also auf alle weiterführenden Legungen, nicht nur für diese Sternzeichen, nicht nur für diesen Zeitraum, sondern uneingeschränkten Zugriff. Und insofern profitierst du da. Natürlich kannst du dir für deinen Sternzeichen, deinen Aszendenten, Mond, Venuszeichen, alle Legungen angucken, für deinen Partner, dein Gegenüber, wie auch immer. Hab einfach Spaß, lass dich gut unterhalten und zieh die Informationen für dich raus, die du gebrauchen kannst. So geht es jetzt hier los. Wir wollen mal gucken, Schütze, 17. bis 23. April, was hier los ist, was die Hauptenergien sind. Betrifft mich übrigens auch. Ich bin auch Schütze, auch noch mit Aszendent im Schütze. Spannende Konstellation und daher bin ich natürlich auch ganz neugierig. Wollen wir mal starten. Liebes Universum, bitte gib uns klare Botschaften für die Schützegeborenen oder die Schütze im Schad haben für den Zeitraum 17. April bis 23. April. Was ist die Hauptthematik? Mit was dürfen sich die Schützegeborenen in unserem Kollektiv hier auseinandersetzen? Dankeschön. Hier hat aber einen Haken geschlagen, Mensch. Die Schatzinsel mit der Zahl 9. Wie witzig. Also das 9. Haus ist ja das Haus im Zeichen des Schützen. Also sind wir hier voll in unserer Kraft und hier geht es um Wachstum und um Entwicklung, um Weiterentwicklung, Expansion. Das ist so Schützeenergie. Und Schatzinsel verrät mir, dass du irgendeine Fähigkeit, irgendein Talent hast oder einen Menschen an deiner Seite, der für dich ein wertvoller Schatz beherbergt. Ja, da musst du mal gucken. Die Schildkröte ist sehr weise. Ich habe ein Tuch von einer Schildkröte auf meiner Massageliege im Nomi-Studio und man sagt eben, die Schildkröte hat auf dem Rücken so die Weisheit des Lebens und die Welt so abgebildet. Also sie trägt halt unwahrscheinlich viel Wissen. Schildkröten werden auch sehr alt. Ich weiß gar nicht, über 100 Jahre, die werden schon richtig alt. Also für ein Tier, also wenn ein Hund mal 20 wird, ist ja schon viel, oder? Also mein Hund ist nur 16 geworden und das fand ich schon enorm. Na ja, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es hier irgendeinen Schatz vielleicht auch zu bergen. Du wirst es dann sehen. Wir sind gespannt, was sich hier in der Legung jetzt zeigt. Schütze, 17. bis 24. April. Es kann natürlich, wie gesagt, auch ein Mensch sein, der in dein Leben kommt. Etwas, was sich als sehr wertvoll zeigt oder eben, wie gesagt, eine Fähigkeit, ein Talent, eine zündende Idee, die sehr wertvoll sein kann für dich. Ja, neuner Energie ist auch Abschlussenergie. Vielleicht ist das auch mit Thematik. Wir werden sehen. So, ich bin bereit. Schütze, was haben wir denn am Montag für eine Energie? Das ist der 17. April. König der Münzen. König der Münzen, da geht es um deine Stabilität und Sicherheit. Es geht um dein Einkommen, um deine berufliche Tätigkeit. Alles, was das stabile Fundament in deinem Leben darstellt. Ja, das kann auch ein Arbeitgeber sein oder ein Auftraggeber oder ein Projekt, wo du halt reichliche Ernte rausziehst. Es geht auch um die Harmonie in der Familie. Wenn es um eine Familienkonstellation geht. Etwas, was dir dein sicheres Fundament bietet. Okay, lassen wir das mal so stehen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Was haben wir Dienstag für eine Energie? Also da kann es eben um diese Thematik sich einfach drehen, dass du dich damit am Montag auseinandersetzt oder am Laufe der Woche. Dienstag. Da haben wir die Königin der Stäbe. Das ist für mich eine Personenkarte, quasi Schütze-like. Die Schützedame, also sprich wir als Damen im Schützezeichen, ansonsten im Feuerzeichen. Aber für mich sehe ich hier immer so die Schützedame. Und die hat natürlich irgendwie was Magisches. Die hat hier so die Katzen, also das ist so dieses intuitive Wissen. Katzen sind sehr feinfühlig und nehmen feinste Nuancen von Unstimmigkeiten wahr. Und wir haben hier eine Libelle. Libellen stehen, glaube ich, auch für Transformation. Also Feuerenergie hat auch was mit Transformation zu tun. Sie ist sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher und sie weiß, was sie möchte. Und sie ist da, zeigt sich eben auch mit ihrer Attraktivität. Und ja, sie hat genaue Vorstellungen von dem, was sie in der Welt umgesetzt sehen möchte. Ist sehr inspirierend für andere, sehr motivierend. Also es kann sein, dass du diejenige bist oder derjenige, der hier für andere sehr inspirierend sein kann. Oder du hast jemanden in deinem Umfeld, der für dich sehr inspirierend ist, der vielleicht ein sehr stabiles Leben führt oder beruflich etwas macht, was für dich sehr inspirierend ist. Also das beides zusammen. Vielleicht gehst du jetzt auch die ersten oder sammelst du inspirierende Ideen, wie du beruflich etwas in die Stabilität bringen kannst. Wenn hinsichtlich auf die Karte die Schatzinsel scheinst du ja irgendwelche Fähigkeiten zu haben, etwas in die Umsetzung zu bringen, wo du Feuer und Flamme bist, wo deine Leidenschaft gelagert ist. Was dir aber auch ein gewisses Fundament bieten kann. Also so wie bei mir zum Beispiel, dass ich jetzt hier mache, was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist. Ich lege halt mit einer Ausdauer und Leidenschaft gerne Karten. Und dass es um solche Sachen geht, wo du wirklich Feuer und Flamme bist, wo du dann den Dingen halt auch nachgehen möchtest. So, gucken wir mal. Was haben wir denn Mittwoch für eine Energie? Der Turm, das ist ja spannend. Also der Turm, der spricht zum einen auch für Stabilität, aber hier in dieser Kartenlegung nehme ich es eher so wahr, dass man jetzt nach Möglichkeiten sucht, wie man hier alte Strukturen aufbrechen kann, um neue Strukturen zu schaffen, die mehr Stabilität bringen. Wo mehr du deiner Persönlichkeit entsprechend wirken kannst. Also irgendetwas muss hier im Grunde sterben. Ein Anteil, ein Seelenanteil, eine Eigenschaft oder eine Unternehmung, ein Projekt. Irgendetwas lässt man mit dem Turm auch immer hinter sich. Platz schaffen, aufräumen, Platz schaffen. So was nämlich auch war. Gucken wir mal, wo wir am Donnerstag stehen. Der Neuanfang. Ja, wie passend. Also mit dem Turm bricht etwas Altes weg. Vielleicht etwas, was schon sehr lange in deinem Leben ist. Und der Neuanfang ist das, was sich dann daraus resultiert. Ein kompletter Neuanfang. Ein reiner Neuanfang. Ohne Alt lassen. Hier lässt man wirklich alles, was nicht mehr tragfähig ist und was dir nichts mehr nützt, wo du nichts mehr zu lernen hast. Das lässt du im Grunde hinter dir und beginnst hier einen neuen Zyklus. Null ist die erste Karte in der großen Arcana. Hier beginnt man eine neue Seelenreise. Normalerweise müsste hier eigentlich die Welt sein, aber die hast du wahrscheinlich schon davor gehabt. Den Abschluss, den innerlichen Abschluss einer Thematik, einer Verarbeitung. Und mit dem Turm zeigt sich jetzt im Grunde nur noch der Prozess, wo man die Dinge zum Einstürzen bringt. Das kann sein, dass du das machst, weil hier gleich direkt der Neuanfang steht. Oder dass ein Arbeitgeber dir jetzt hier zum Beispiel das Arbeitsverhältnis kündigt. Aber ich nehme eher wahr, dass du hier derjenige bist, der in einem Arbeitsverhältnis vielleicht jetzt hier die Dinge beendet, um in einen Neuanfang zu kommen. Das haben wir dann Freitag. Freitag haben wir die Zwei der Stäbe. Das ist so die Visionssuche, wo man sich mit seinen Zielen und Wünschen und Träumen auseinandersetzt und so vor sich hin sinniert. Ja, was möchte man denn gerne erreichen? Wo soll denn die Reise mal hingehen? Ja, also so die Entscheidung, welchen Stab greife ich mir jetzt? Natürlich immer in vollem Bewusstsein, hier der Turm, dass ich, wenn ich einen Stab davon greife, den anderen natürlich liegen lassen muss. Und damit stirbt hier irgendetwas. Damit fällt etwas weg. Ich kann nur einen Weg wählen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe zwei Jobangebote, zwei Möglichkeiten, mit denen ich jetzt hantieren kann, dann ist klar, wenn ich den einen wähle, dann muss ich den anderen im Grunde fallen lassen. Okay, aber das mit dem Turm, das ist eine Struktur, in der du gerade aktuell stehst. Also das ist nichts, was dir als Option geboten wird, sondern du bist eben gerade in einem System, in einer Struktur irgendwo drinnen, in einem Team oder in einer Firma oder in einer Familienstruktur oder was auch immer. Und du hast jetzt die Möglichkeit, hier einen Neuanfang zu wagen und dafür musst du natürlich das andere hinter dir lassen. Freitag. Was haben wir denn Sonnabend für eine Energie? Vierte Kelche. Ja, da guckt man sich nun die Optionen an, die man so hat und irgendwie erscheint einem nichts so richtig befriedigend. Hier ist man so ein bisschen gelangweilt, frustriert. Man hängt hier so, ja, was mache ich denn jetzt mit den Optionen, die ich hier so habe. Da ist man irgendwie nicht so zufrieden. Ja. Weil das hat alles irgendwie nichts mit deiner Energie zu tun. Also du bist hier die Königin der Stäbe. Du bist diejenige, die andere inspiriert, motiviert. Und all das, was man dir hier aber reicht, da kannst du nicht aus deiner Kraft auswirken. Das ist alles nicht das, was du dir eigentlich vorstellst. Das macht, das stellt dich nicht zufrieden. Irgendwas stellt dich hier nicht zufrieden. Die Möglichkeiten, die du hast, sind nicht befriedigend. Gut, wo stehen wir denn am Sonntag? Ach, der Kelche. Ach, der Kelche ist eine Energie von, na, hier, wo ich bin, da geht es mir zwar soweit gut. Ja, wir haben hier schon einiges geschaffen und man könnte jetzt auch zufrieden sein, aber so richtig erfüllen tut es mich nicht. Es sind eben nicht zehn Kelche, ne? Also da ist irgendwie, schwingt so der Mangel mit, da fehlen die zwei Kelche, das ist so die Gemeinschaft, das ist so dieses, man guckt sich in die Augen und man ist auf gleicher Höhe. Man ist sich einig, dass man zusammen diesen Weg begehen möchte und man ist füreinander da und das fehlt hier irgendwie. Man hat vielleicht eine gewisse Struktur geschafft, wo man versorgt ist, aber da fehlt jegliche Herzenswärme, jegliche Leidenschaft. Da fehlt es irgendwie an irgendwas, was dir, wo du sagst, weißt du was, das, was mir hier fehlt, das suche ich mir jetzt woanders. Du lässt dir etwas emotional hinter dir, drehst den Rücken zu, nimmst dein Feuer mit und deine Leidenschaft mit und sagst, ich gehe woanders hin. Und da hinten, da steht schon jemand mit einem Hund. Ich sage, der sieht aus wie ein dreiköpfiger Hund. Willst du das sehen? Da. Das ist gruselig. Man hat ein Hund drei Köpfe. Das soll bestimmt irgendeine mystische Figur darstellen, wovon ich wieder keine Ahnung habe. Na egal, auf jeden Fall gilt es hier etwas hinter sich zu lassen. Ich nehme so ein bisschen diese stille Kündigung wahr. Also, dass man hier, man möchte in diesen Neuanfang und da ist man jetzt dabei, jetzt hier für sich herauszufinden, wo es einen hinzieht. Aber es gilt eben auch für sich zu erkennen, was ist dir wertvoll und dankbar zu sein, auch für die kleinen Dinge. Was haben wir denn unter dem Kartendeck? Das ist die Herausforderung, die Princess of Pentacles. Wir sehen hier eine Dame, die sich schwanger trägt. Sie steht für Fruchtbarkeit, für Wachstum, für Gesundheit, auch einen gewissen Schutz und Stabilität. Wir haben hier so einen kleinen Kolibri. Ich glaube, Kolibris stehen hier wirklich für eine hochspirituelle Energie. Und wir haben Kirschblüten hier drauf abgebildet. Und ich glaube, Jasmin ist das. Das sind alles sehr zarte Blüten. Also, ein Papagei ist hier, der hier so von oben die Schwinge, so Leichtigkeit und Beschwingtheit. Ja, hier möchte irgendetwas entstehen. Man möchte etwas in die Welt tragen, was einem auch eine gewisse Stabilität bringt. Man ist dabei, seine Projekte, seine Familie, sein Kind oder sich selber in irgendeiner Weise auch zu schützen. Man ist hier aber noch nicht die Königin. Also, man muss dafür auch noch einiges an Einsatz bringen. Da ist noch ein bisschen was notwendig. Hier ist man im Grunde, ja, hier ist noch etwas noch nicht entstanden, sondern man trägt sich mit einer Idee vielleicht auch schwanger. Sieben der Münzen, das ist der Einsatz, der stetige Einsatz, der hier gebracht werden muss. Hier muss man hart für etwas arbeiten. Man überlegt auch, ob sich der Einsatz lohnt, ob man das ernten wird, was man hier an Einsatz zeigt. Man zieht hier den Ochsen knietief hier durch dieses Wasser. Und das ist ein langsames Wachstum. Auch das hier, dieses Projekt oder dieses Kind, mit was sie sich schwanger trägt, Das braucht halt seine Zeit und braucht immer wieder seine Pflege und seine Zuneigung. Neun der Münzen verspricht dann allerdings eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Also, wenn du hier beständig an einer Sache arbeitest, dann verspricht sie dir in der Zukunft, ja, eine finanzielle Unabhängigkeit, Fülle, ne, also man ist hier, steht hier mit beiden Beinen fest im Leben und das hast du dir selber aufgebaut. Man ist hier stabil und der Elefant, der verspricht halt auch eine gewisse Stärke, ne, und das ist kein Lullekinn hier, ne, also man hat hier wirklich sich etwas hart erarbeitet. Sechs, der Schwerter, das ist die Energie, dass man, hier ist auch wieder eine Schwangere, vielleicht machst du dir die Gedanken darüber, ob du etwas hinter dir lässt. Das ist so, ich sagte hier schon, ne, so die Kraft von stille Kündigung. Man hat hier Projekte, denen man nachgehen möchte und das ist alles eigentlich nur noch kräftezehrend und man möchte eigentlich jetzt in ruhigere Wässer, man möchte gerne das ernten, was man da an Einsatz bringt, was man fliegt und hegt und beschützt. Und sie lehnt sich hier so an dieses Schwert, sie weiß, dass sie hier vielleicht eine schwere Entscheidung treffen muss, in irgendeiner Weise. Ja, die Neun der Schwerter, hängt so in ihrem Gedankenkarussell und das sind so, na, das ist so der Cocktail von destruktiven Gedankenmustern, die hier drinnen hängen, dieses an sich zweifeln, an seinen Fähigkeiten zweifeln, an seinen Talenten zweifeln, an seinen Ressourcen zweifeln. Einfach, dass man sich hier wirklich in eine Gruft befindet, obwohl man eigentlich gar keinen Grund dazu hat, ja. Sehr spannend, aber guck mal, hier warten die zehn Kelche auf dich, das ist so die Happy Family, wir sehen hier die Konstellation Mutter, Vater, Kind, hier wird ein Kind geboren, hier kommt ein Familienglück rein, hier kommt Zufriedenheit rein und das ist wirklich das maximale emotionale Glück, was man als Familie hat, was man als Gemeinschaft hat, vielleicht machst du dir darüber nochmal Sorgen, vielleicht steht hier auch in irgendeiner Weise ein Umzug an, du weißt nicht, wie es alles gehen soll, aber das wird ja eine sehr friedliche Zeit, eine sehr schöne Zeit bescheren und wir haben hier die vier der Münzen, das ist eben auch der kleine König, man hat hier irgendwo eine gewisse Stabilität aufgebaut, ein Fundament aufgebaut, auf dem man weiter aufbauen kann. Das ist doch sehr schön, ne? Das ist eine sehr schöne Entwicklung, also kein Grund Ängste zu haben, das, was du an Ängsten hast, das machst du dir alles in irgendeiner Weise selber. Ja, dann gucken wir mal, was so die große Herausforderung hier in diesem Neuanfang für dich ist, für Schütze, was ist die große Herausforderung? Und da zeigt sich Vergeltung als Opferkarte. Hier ist irgendjemand in deinem Feld, oder du bist es, ich muss mal für dich reflektieren, der sich hinstellt und sagt, guck mal, wegen dir geht es mir schlecht. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, hier ist jemand freiwillig in eine ungünstige Situation gegangen, hat sich dem im Grunde da freiwillig ausgeliefert, also du hast ja denjenigen bestimmt nicht dahin geschubst oder in die Lage gebracht, sondern derjenige hat sich selber in eine ungünstige Lage gebracht und macht dich jetzt dafür verantwortlich und will dir dafür die Schuld in die Schuhe schieben, dass es dir jetzt schlecht zu gehen hat, weil der andere da jetzt hier irgendwas ausbaden muss. Und hier gilt es jetzt kreativ heranzugehen. Also öffne dich für Lösungen und für Leichtigkeit, es darf jetzt leichter werden, flieg einfach davon und öffne dich deinen inspirierten Lösungen. Inspiration zeigt mir immer, dass hier auch die Löwekraft mit dabei ist. Also eine gewisse, ja, Löwe steht eben für die Sanftmütigkeit, dass man hier nicht gegen irgendwas ankämpft. So, das sind so erstmal die Hauptenergien für diese Woche. Vielleicht müssen erstmal gewisse Gedankenkonstrukte in dir zusammenfallen, damit du dich deiner neuen Vision hingeben kannst und die Optionen, die dir gezeigt werden, annimmst. Ich glaube, dass du schon Optionen hast, ja, die du nehmen könntest. Wir haben hier auf jeden Fall vierter Kelche und achter Kelche. Also zusammen macht es elf Kelche. Das ist schon viel, was man da hat. Und hier gilt es aber eben auch dann dafür, Entscheidungen zu treffen. Was willst du denn? Was willst du, wo willst du hin? Bist du eher der Abenteurer oder möchtest du, ja, möchtest du dich selbstständig machen oder möchtest du eine Familie gründen? Was ist die Schatzinsel für dich? Ich muss mal reingucken. Die neuen, die Schatzinsel. Was haben wir da noch für Schlagwörter? Durch das Gesetz der Anziehung werden Träume wahr. Positives Denken zeigt Ergebnisse. Unbemüht sich einstellende Fülle und finanzieller Gewinn und geteiltes Glück. Ja, also vertraue und glaube in deine Fähigkeiten und in deine Fülle und dann werden sich auch Möglichkeiten zeigen. So, im Extended werden wir jetzt hier für jede einzelne Karte mit den Zigeunerkarten noch reingehen und schauen, was sich da so zeigt, wie sich das im Alltäglichen bei dir zeigen könnte. Und wir werden dir hier vom Jacques Spezzano auch noch einen Lösungsansatz präsentieren, wie du hier dich aus dieser Situation befreist und auch, wie es weitergeht und ein Rat von den Engeln und Ahnen von Carl Gray. So, falls du nicht das Extended dir anschauen möchtest, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, kreative Lösungen und ja, schau doch mal dir gerne noch die Neumondlegung an, falls du es noch nicht gemacht hast und falls du hier einen Hänger hast, weiß der, wo du mich findest. Mach's gut, mach's Beste draus und für alle anderen bis gleich im Extended.